So, direkt weiter geht's. Wir müssen mal wieder sparen. Ein bisschen Arbeiter-Tuning machen, weil geht einfach ab wie schmids Katze dann. Das Holz können wir jetzt auch mal wieder verticken. Na sicher, da braucht es sich erstmal alles. Ja sicher. Gibt es irgendein Item, was Arbeit hinzugeben? Nein, hier bei ihm war das. Ah, Plus 10. Kaufen wir mal ein paar, ne? Oh. 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 Ja, das ist ja so. Ja. 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 Holz kann ich wieder vergessen nicht verkaufen. Da ist schon wieder mein Speedproducer. Ja. Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Kann ich noch ein paar Dings kaufen? Hm. Was brauch ich denn jetzt mal so? Oh, Landlead kriegt man hier wieder. Jetzt muss ich mal ein paar Rute nehmen, ne? Ja. 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 Na, der nächste Angriff müsste jetzt zum Kotzen. Und die Bombschätze auch nochmal, sauber. Ach, sauber. Landdeed kriegen wir wieder. Können wir wieder produzieren. Jawohl. Wir kennen jemanden. Hooksbear. Auf jeden Fall. Was haben wir sonst noch? Jemanden Neues. 23. Oh. Ich glaube, den Tio nicht direkt. Wo ist er? Nein, das ist er nicht. Er ist es. Die Fins Up. Hm. Gucken, wie viel Arbeit der Zug kriegt, er macht. Ja. Dum 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 dum. Strong Bag. Was ist das denn? Müssen wir mal ausrüsten. Müssen wir den. Equipten. Hallo. Na, jetzt gucke ich mal, wie ich das mit den Landdeeds hier mache. Hier ist schon mal schlecht. Hier können wir nie so viel bauen. Ich würde sagen... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier? 1000 Gold. Jawohl. Kann ich denn jetzt hier so Schönes hinbauen? Hm, Häuschen. Und wir fahren erst mal. Okay. Ach, es ist halt herrlich, wenn die alle so abgehen. Komische Schneemänner hier. Ich hoffe,, dass wir uns noch nicht schütze. Bis zum nächsten Mal. So. Äh, Sie kommen jetzt hier. So. 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 Nur mal die Gunner trainieren und dann schauen wir mal. Ein bisschen warten auf Kohle. Boah, wie viel er er transportieren kann. Heftig. Oh, nicht schlecht. Boah, ein guter Produce. Muss ich sagen. Researchen. Was ist das denn? Shigaraki Ware. Zwei Ohre. Okay, das können wir hier oben wieder hinbauen. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Boah, was zu sagen auf der Junge, der macht einfach mal das Ding voll. So, wir hatten nur noch immer noch so hoch. Oh, nun trainieren wir dich mal. So, haben wir wieder so einen Speed-Arbeiter, sehr schön. Boah, der klubbt sich da zu Tode, ey. Wer bist du denn? Boah, habe ich denn schon wieder die ganze Kohle herbekommen? Nice. Pardon, wir haben nur Arbeit, 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 wie so ein Peon. Nicht, du, du, Geschlecht. Ich sollte mal wieder meine Ausrüsten, ne? So, wir haben nur ein paar Mal, wir haben sie gab. So, wir haben drinnen, wir haben eine Ausrüsten. So, wir werden unsere Ausrüsten brauchen, wie so ein Peon ist. So, wir haben sie gesagt,LC-Arbeiter, auch ein Bein von uns, sieh'n Bein, dass sich so ein Peon ist und sieh'n Bein, so, ich bin so ein Peon ist, dass sich das Örne und das Ömer ist. So, mir bleibt ja, dass du auch ein Peon ist. Und kriegst du dein schönes. Einen langen Speer. Du kriegst... Ja, was kriegst du dein schönes? Eine Muskete. Und einen guten Plattenpanzer. So. So. Ah scheiße, jetzt habe ich so ein Ding gekauft. Das nochmal. Oh, den müssen wir. So. Geht so auch nochmal was? Und du kriegst... Schöne Muskete. Members? So, wir nehmen mal. Sollte doch gehen, oder? So. So. Probieren wir mal. Mit Sicherheit. Ja, das geht ja. Jawohl! Haha. Nieder-Tools Hm, wir können hier mal Neues rekrutieren Nochmal Ein Häusler Und Ein bisschen Industrie Villager Oh, Level 4 Der hat aber Nicht so gute Arbeitswerte, ey Kann ich den mehr nicht gebrauchen? Kann ich den? Was bist du denn für einer? Warum sind denn meine ganzen Läden wieder leer? Immerhin einer, der probiert zu arbeiten Kannst ruhig mehr produzieren? Ne, Pause Machen wir mal hier wieder ein Cut hier Kommen wir mal hier auszen